Hallo Zahnräder und Freunde und Kolo und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Bay Juhu Jelda Oh scheiße Oh das ist was geil hier Ach ne hier ist der Schlüssel Da drin was da geil Du gehst ein Pfeil Geil Schildkröten 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 sind auch deine Freunde oder? Ja doch die auch Scheiße ich hab schon wieder vorrangelassen Das sind Knechten wenn sie nicht reinkommen Ja Ein Christ Oh Oh Ja Das heißt ja dann Oder? Ja so Ok die kann man damit nicht Aber Uh Ja Kann man nur so perfekt sein Hm Hm Ich werde er steht haben Ok jetzt muss ich grad mal kurz Man kommt ja runter Ne da ist man Da hat man einen Schaden Ich bin tot Egal da unten war ich jetzt schon Na ja Ist er auch schon durch? Was auf jeden Fall Wenn du meinst Ach Gott Ähm Warte aus Was findest du da? Da ist nichts mehr Ja ja Was sagst du mir jetzt? Die ist ja was noch dunkel ist Die ist ja was noch dunkel ist Mhm Ich glaube ich hab grad die falsche Richtung Ne das geht noch Ne ich hab die falsche Richtung Oh 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 Wow Ich meine Ich könnte mir jetzt auch Jawollja Jetzt hab ich die Eier in der Hose Ja Komm erst mal zu dir Vorher Ja Natürlich Links ist ja gerade vorhin Das ist ja nicht Maschinen Nein Mein Schädel Oh Oh Ja Das können wir doch hier die ganze Zeit sagen Wie sieht es mal hier aus? Ja 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 Hm Ich glaube ich bin Das war Verkackt Ja Ja Von der Link von mir aufgesteben Ja Ja Gauere Käse Mann Ja ja wo war jetzt Sacher Ja Wollt Ja 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 Das ist gut, Steffen bleibt mir. Und nur zwei. Was? Oh, shit. Oh, da ist ganz viel. NOOOOOOO! Oh, brainfuck! Das ist despawned. Wow. Ohohoho. Na komm, er hatte seinen Auftrag. Äh, völlig. Ganz voll der Auftragskiller. Kriegst du? Au! Ja, geschieht dir, reicht's ja. Aua! Äh... Da hat sicher einer... Da hat sicher einmal die Omi den Ofen zu lange angelassen. Na, was machst du bist du? Feuer, ich hab probiert. You got the magic hammer. You can drive some wooden steaks down into the ground. Oh, schau mal, dass er aufnahmen kann. Alter, Colin. Ich hab mich voll gekriegt. Ja, ich hab einen Krümmel ins Auge bekommen. Tja, Steffen, jetzt weißt du wie es ist, wenn du echte Krümmel klickst. Das solltest du nicht machen. Ja, das mag ich doch auch nicht. Ja, und was, wenn es mit dem Krümmel da drin auch passiert? Wenn die Omas die Krümmel ins Gesicht bekommen. Ja, was interessiert mich, die verkackten Omas im Video stehen, Mann. Ja. Das ist voll so ein gewaltes Arschloch. Auch mir ins Auge. Cookie gerein. Ja, genau. Colin macht Omas Kekse. Das ist voll der dickste, Colin. Alter. Gibt's gar nicht. Du, du, du! Ja! Oh mein Gott! Da sind sie alle. Ja, guck mal, sieht man gerade noch nicht. Oh, da ist er wieder. Verleuchtet, muss ich schon vor. Oh! Ups! Ja, die Jubelrufe haben sich ein bisschen abgelenkt. Uh! Ja, du schaffst es! Sie richten das Schwarze! Oh, das war knapp. Ne, das war bekannt. Warum? Was, warum? Na ja. Ich bin hier. Weiß ich nicht. Oh! Warte mal eben ganz kurz. Ich muss mich mal kurz sammeln. Ja, bei dem war das nicht verkehrt. Ich bin vertört. Oh! Wo ist denn jetzt noch dunkel? Oh Gott! Da oben muss ich wieder hin. Kannst du uns so Zeichelstock kaufen, wo wir dann immer so zum Bildschirm hin zeigen können? Das hätte ich jetzt echt gern. Ja, glaub ich dir. Hey, Colin, ich war ja quasi schon beim Boss. Ja. Oh, da war ja was. Oh! Mach's nochmal ab. Oh! Oh! So, hier muss ich jetzt rechts hin. Hm! Moment! Nara? Wer, wer sind wir denn? Keine Prächtigung? Ja, ja. Mhm. Das heißt, ich muss hier rechts drüber drücken. Das heißt, da hin. Das heißt, ich muss da hin. Das heißt, ich muss da hin. Und dann kann ich jetzt noch mal drunter drücken und den Button droppen. Boah, die beiden Rätseln. Das heißt, das heißt, wie kann ich jetzt eine Ebene weiter nach oben? Das ist eine Frage. Ich weiß, da waren Treppen nach oben. Oder nach oben. Der Raum war super. Ja? Dann kann ich schon alles erledigen. Gut. Dann kann ich ja hinbleiben. Was soll jetzt? Der Palast ist klasse. Wenn ich jetzt lecken würde, hättest du alleine Backe Keks, Rügel und Schokolade und Streifen sind. Das ist Bäne, das kann man auch nicht. Das ist Bäne, das kann man auch nicht. Wenn du mich jetzt lecken würdest. Und Steffler, wir brauchen Streifen gerade. Wir brauchen Streifen. Kannst du damit bitte aufhören? Bene will auch kumpeln. Leise ist es nicht wahr, das bringt doch eh nichts. Jetzt kommt der beste Paar. Danke, Frau. Boah, haste es nicht. Sie wollen auch nur Beziehungen einfach. Oh, da fällt mir gerade mal auf. Man kann die Dinger ja auch werfen. Das ist schon Energie. Nja, hallo. Wir können die von oben. Jetzt können die zum Platz auch machen. Was lasse ich da nochmal? Das war... Hey. Boah. Nein, jetzt muss ich ja auch mal. Nja. 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 Na gut, dann nicht. Na. Den Pilz raufstelle. Na. Genau. No. Schade. Dann... Dicke, schwere Dinger. Nja. Nja. Ne, Colin meint ex-männliche Herrscher. Viel Spaß, Steffen. Guck, jetzt weiß der Bescheid, ne? Boah, wie er auch los. Jetzt willst du mich foltern. Das wäre so oft. Ja, ich komme voll des Lebens. Bein Krügel. Das muss immer ein Herz drin. Der Hammer funktioniert übrigens auch ziemlich gut gegen den Weg. Was? Ha! Wie er gedacht hat. War ja kein Ding, ey. Okay. Voll einfach. Ganz einfach. Guck mal, wie es geht. Ja. Ein paar hängen viel vorauszusehen, ne? Ja. Oh, okay. Das sei jetzt eigentlich mehr geraten. Aber du, dass du das Item ausgewählt hättest, heißt... Ah, du wirst dich doch. Sonst hätte statt nur dem Buch oder einem dagegen geworfen. Genau, das hätte alles andere ausgewählt. Du glaubst du die Falle und wärst mal zurückgegangen. Ja. Ja, ja, ja. Von allen Seiten, Mann. Sie geben's hier hart. Ja. Tja. Alter, was geht ab? Wir mögen die doch richtig gern. Ähm. Ähm. Okay. Ja. Boah. Voll windig gerade. Geil. Boah. Das fühlt sich cool an der Legame. Ja. Boah. Geil. Die Schildkröten kann ich damit auch bumpen. Boah. Hast du das gesehen? Ja. Ist das gesehen? Ich kann es mal noch einmal machen. Ja. Weil ich jetzt voll Bumps. Ja. Ist die lud es wie. Ja. Ich weiß nicht was ich erwarten kann. Ehh. Woah. Wow, du kannst es mit dem Pappau abgeben. Ich finde diese Stellen. Was findest du? Diese Stellen finde ich immer Spaß. Tja, jetzt kommt es immer noch vorbei. Ach was. Das überrascht mich jetzt total. Was macht man eigentlich, wenn man an so einer Stelle ist und keine Pfeile mehr hat? Pfeile sammeln. Irgendwas anderes ausprobieren. Ja? Ja. Wie hättest du das immer ohne Pfeile gemacht? Ja, ich hab' auch noch was probiert. Wenn wir nicht weiter unterbrechen, dann ist alles so eine Sache. Für die anderen ist es zwar gut, das ist ja nicht. Aber wenn ich in den Pfeile hin oder so... Ja, warum nicht überhaupt? Vielleicht auch unten vielleicht? Aber damit geht das auch nicht. Aber wer weiß, ich glaube das geht. Aber es ist auch ein Wunder halt. Und die Kunden hier haben uns gefrucht. Und weh?! Bodyslam? Na ehrlich mal, die hat mich echt voll angesprochen. Ja. Jetzt sind wir ja hier bei uns. Dann kommen gleich nicht die Freunde wieder. Ja. Ja. Wie lang war's? Doch, vielleicht auch nochmal safe. Ja. Gute Idee, Wehner. Ne? Ne? Ja, verreckt dran. Na komm, was trinken. Der grüne Bär. Dann kommen wir schon mal rein. Ja, wir machen erstmal einen Pfeil abschalten. 3, 2, 1, yeah. Oh. Die sollen es grand auftreten. Ja. Mit den Schilkräuten den glitzernden Planeten und den Galors legen. Ja. Also ich würde auf das Konzert gehen. Definitiv. Ja. Ich glaube ich dir sogar... Die Karte würde auf das Konzert gehen. und wir nachher dann in so einen Edelstahlplatten da einrahmen lassen mit Glas und ganz viele Lichtstahlwerke drauf lassen Soll der Krug, den Krug hältst du da hier so? Na guck mal, da haben sie sogar noch Bocken reingelegt Hahahaha Bringts auch voll viel, wenn man das schon längst gemacht hat und dann Bomben findet Tschüss Da weiß ich so, dass es nicht so ist Und hier drunter Und hier drunter Alter Arsch Soll ich mal den Hammer verlassen? Oh lass den Hammer lieber in der Hose Was sollt ich machen? Ach der Hammer ist doch super Ne bitte hol nicht den Hammer raus Was soll ich denn sagen? Ich hab' mit dem Hammer rausgebracht Und hier drunter Was soll ich denn sagen? Was soll ich denn sagen? Mwahaha Tschüss Was ist da? 3, 2, 1 3, 2, 1 Nja 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 So gut Also ich finde diesen mehr so Nja So bitte Und jetzt Und jetzt So erhöht mich auch Ja Cool 3 Leben Viel Spaß Woaaa Woaaa Tschüss Nein Ich hätte vielleicht das 2 mal abstanden Jawoll Jawoll Boah Boah Erdlich Tee So Oh hei Ich sollte noch mal kurz stehen Das war so cool. Gut? Was haben wir hier für gemacht? Boah! Das ist hier rum! Hey! Der versucht hier eh nichts zu auspassen. Boah! Du hast genau Klick gemacht wo der Flut... Ja! 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 Das war gut! Ja! Ja! Ach du scheiße! Ja! Ja! Na gut! Ja! Du willst in deinen Master-Score-Power Kringeln einfach! Haha! Ja! Wie sie ihn noch anfeuern wird! Ja! 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 Oh, du bist ja trotzdem wohl dabei eingestellt. Ja, total. 2 Reben hast du auch. Reicht hierfür auch noch ein bisschen. Das letzte Mal ist irgendwas ja schon fast passiert. So, hier hinter ist direkt der Maus, aber bevor ich da reingehe... Sex Date, wundervendig für die Folge. Oh doch, oh doch, ich bedanke mich für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.